Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Scheiß-Folge von Woj Legacy. Scheiß-Folge, weil das... Ich schwör euch auf alles. Wir werden hier schon wieder nix gerissen kriegen, weil das Spiel einfach scheiße schwer ist. So, und deswegen, aus dem Grund nehm ich jetzt... Erstmal einen Hüllen... Hüllen... Hüllenforscher? Ich nehm einen Hüllenforscher. Und dann... Und dann... Mana. Und dann gucken wir, was haben wir gekriegt. Das sind immer noch nicht die letzten Schwerter übrigens. Da, neue Schuhe. Die machen nix. Mit dem Hüllenforscher, glaube ich, macht das auch nur Sinn. Auch zusätzlich mehr Sinn, wenn wir wirklich die Gold-Ausrüstung und Gold-Rune nehmen. Soll ich mal da das Gold investieren? Ich glaube, das... Wenn wir mehr Gold kriegen... Ich glaube, mit meiner Sternenlampe muss ich natürlich rumlaufen, sonst macht das Ganze gar kein Sinn. Oh, da sind die Bilder getriggert worden. Ich mag den Hokagen, mag ich immer noch am besten. Aber irgendwie kommt der gar nicht mehr. Der mag mich nicht mehr, hab ich das Gefühl. Will ich hier überhaupt hin? Na rechts sind die ganzen Fragezeichen. Okay, ganz links ist ein Fragezeichen. Da machen wir mal der erste Sender. Bim, bim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Keine Skelette, okay. Äh, Skelette sag ich schon, diese komischen Zombies. So, was haben wir hier? Oh, ne. Oh, no. Oh, my fucking go, no. Oh, ich weiß gar nicht. Da fällt mir auch gerade ein, dieses Oculus-Auge. Habe ich gar nicht nachkontrolliert, was das ist. Oh, Gott. Oh, dass ich das geschafft habe. Oh, nein. Aha, alles wieder eingesammelt. Hey, das ist der gleiche Raum. Nein, sammle ich gleich auf dem Rückweg ein. Egal, eine Münze ist nicht so wild. Hallo. Hoi, hoi, hoi. Heia, heia, heia. Das Ding ist, dass der sich auch jedes Mal heilt, ne? Ja, komm. Früher bin ich totgegangen. Früher bin ich noch totgegangen. als... Hm. Nimm ich mal davon ein. Früher. Früher. Ganz früher. Bin ich noch zurückgegangen. Da waren ein, zwei, drei Reihen voller Gegner. Jetzt schaffe ich nur noch ein, zwei, drei Gegner. Und dann bin ich schon tot. Wem willst du das eigentlich erzählen? Boah, jetzt bin ich stürm. Jetzt bin ich ja derjenige, der hier rumfliegt. Tududum. Boah, dann bin ich einfach glatt wieder auf der anderen Seite. Okay, Rezepte kriegen wir hier anscheinend keine mehr, wa? 10% kriegen wir ja jetzt nochmal dazu, ne? Das sind 50, 60, 70. Ja, war noch mit dir. Uuuhha! Das war's mit meinen. Mit meinen Krähen. Sind trotzdem alle tot? Naja. Meeh! 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 Wenn ich hier in Wirklichkeit auch so dünn wäre, damit ich hier so rumfliege. Einfach sterben, Mensch. Ich mein, wir sind Level 209. Und kriegen trotzdem nix gerissen. Ah, oh wow. Ja. Gerade noch gefreut, dass ich's... Hallo. Wo ist das Bild? Okay. Bild hat sich verabschiedet. Tü! Oh, die 10% haben zugeschlagen. Die 10% haben zugeschlagen. Ich lebe wieder. Oh. Nein! Ah! Uiuiuiui! Heyo! Heyaaiai! Oh! Das ist so miragisch ab, Tattoo! so gut funktioniert da ist wieder endlich gott sei dank noch ein hokan okay wir haben frei auswahl jeder treffer wirft dich zurück ist für den arsch du bist so schwer dass wir gar nicht mehr zurück gewerft werden und wir haben den hokan so stärke für 2000 kriegen wir noch etwas für 2000 zumindest nicht was hätte man noch für ruhe dass die gegner schwächer werden zum beispiel dann würden wir mehr gegner schaffen wir können ja schon mal die gold ruhen alle vorbereiten können es aber auch sein lassen einen helmen besseren gab es ja nicht aber auch hier könnte man schon mal den heil mir holen oder so muss man ja alles kaufen los geht's mit meinen hokan ich bin guter dinge die letzten folgen liefen alle so für den arsch aber er hier er wird das jetzt alles raum er werde ja siehst du da fängt das schon mal gut an direkt wieder aufgepült ja kein problem sogar das bild des wanders hier wäre es mal ganz unterwegs aber auch schon wieder so brennen aber auch keine so brennt haben ja ich muss mal morgen den arzt anrufen und fragen ob ich mein rezept rausholen kann für so brennen ohne dass ich mich da jetzt schon lange anstellen muss oder so wir wollten lang ja kommen und die augen einer neuen bis gehen hier lauf dann nicht das schaffen wir wieder nicht ich glaube nicht daran ok das hat mich ausgetrickt das hat mich ausgetrickt normalerweise das war immer anders ich wurde da einfach ausgetrickt hereingelegt wie so mancher sagen würde hereingelegt was 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 und sind grundsätzlich immer königs knapp dem will ich nicht 12 22 unnötige schaden ddd den Lauf. Autsch. Ich bin so froh, dass wir so stark geworden sind. Hätt's uns richtig gekotzt. Aber nur beim Hokagen. Also noch eine Kiste, okay. Da rennt auch noch so ein Hund rum. Großer Hund. Aua. Sack. 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 Warum? Ich bin doch die ganze Zeit da am rumschlagen. Alle weg. Assassine, Assassine. Und nur Assassinen? Willst du mich verabeln oder was? Dann nehmen wir einen ohne irgendwelche... Vertrauen kriegen wir halt eh nix mehr, ne? Ach ja, wir können ja hier mal kicken. Königsdinger. Und bumm. Plus drei Flug. Ich hab so viel Rüstung und alles. Und trotzdem geh ich tot. Was haben wir jetzt den Assassine, ne? Ich hab auch schon lange keinen... ähm... ...boss Raum mehr gesehen. Außer den mit dem Auge, den wir schon haben. Ich mein, wir sind auch... ...nicht jetzt großartig. In den... Oh ja, in der Dungeon sind wir schon jetzt öfters gewesen. Im Turm waren wir jetzt auch wieder zwei, dreimal. Also eigentlich kann er ruhig mal. Ich hab dich weggenietet. Drachen-Omahm. Den will ich haben. Oh ja, ich hab dich weggen. Ah, egal. Jetzt kann ich auch so machen. Ja, egal. Aufsachen Gold. Das ist wichtige Gold. Man muss ja auch bedenken. Ein bisschen Gold bedeutet immer ein Level. Minimum ein Level. Oh, das war aber harsch. Ja, scharf war das. Ja, scharf. Hi, hi. Oh, da sind aber ganz viele... Also wenn so ein normaler Auge mit Einschlag wegkriegt, dann würde ich sagen, okay, wir sind stark. Huch. Oh, der Mann kriegen wir die mit Einschlag weg. Und die auch. Nu, 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 nu. Ja, ich anfangen will wieder in Tumchill. Ich tue ihm schon. Ich küsse ihn nicht, warum? Ah, das ist klar. Ouch. Ha! Ha! Von hinten. Von oben. Aua. Badadadadada. Boom, 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 boom. Ob man das beim Boss auch machen kann. Und dann die ganze Zeit. Und dann nimmt er einfach kein Ende. Und dann machst du hinterher so viel Schaden. ein bisschen geduld muss sein auch die kipps werden ja aber stärker unten wird wahrscheinlich eine sackkasse sein deswegen gehen wir noch unten hallo doch warum warum da finde ich mein geld ja noch mehr geld noch mehr geld krächer putzplatte mein gold nein ein bisschen gold muss ich da jetzt liegen nein mein gold nein tod egal dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wir sind auch bald schon folge 50 aber er mich ja schaffen wir hier auch nix mehr also sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin tschüss so